Das wird richtig spannend, ja Bitcoin und Ethereum spitzen sich richtig richtig zu, droht jetzt der totale Abverkauf in beiden Fällen auf ein neues Bärenmarkt tief oder sind sogar nochmalige Zunahmen von über 10% möglich, welches Level darüber entscheidet, das erfährst du hier im Video, das heißt unbedingt dranbleiben und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Crypto Update hier von Trading on Air. Ja, wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Wellen-TV an, welche Level sind wichtig, was ist unser aktueller Fahrplan, was können wir erwarten bzw. wo können wir trade-technisch aktiv werden, das erfährst du hier im Video, das heißt wie gesagt unbedingt dranbleiben und dann eins auf vorneweg wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du im Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal kostenlos abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren bzw. auch gerne einen Kommentar erlassen, um den YouTube-Algo zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir direkt rein, Kryptomarktkapitalisierung hier bei den 856 Milliarden US-Dollar, somit ja mit ca. 0,7% im Plus die letzten 24 Stunden. Wir sehen, Bitcoin hier bei den 17.428 US-Dollar mit 1,14% im Plus, Ethereum 1.132 Dollar nur mit 0,5% im Plus. Woran liegt das? Es liegt ganz einfach an der technischen Analyse, denn Ethereum ist einfach davor schon höher gepusht, war schon viel, viel eher an dem markanten Widerstand, den Ethereum nicht rausnehmen darf, laut unserer technischen Analyse. Deswegen zieht jetzt Bitcoin auch an, während es Ethereum nicht macht, denn Bitcoin hat diese Marke hier eben noch nicht erreicht. Aber das schauen wir uns jetzt gleich im Chart genauer an. Ansonsten schauen wir uns noch schnell die Ausriste an. Einmal hier Woo Network hier mit fast 10%, Mina hier 6%, XRP mit fast 4%, Holo 3%, aber ansonsten bei den Altcoins auch nichts Starkes nach oben, nach unten. Hier Gala, das haben wir auch letztens angesprochen, in so krasse Pumps bitte nicht reinlaufen. Hier Gala mit minus 10% an dieser Stelle, klar über die Woche hin mit über 100%. Trotzdem, wie gesagt, das immer mit Vorsicht zu genießen. Lito-Dauer einmal 8%, Silikoi 6% und ansonsten auch nichts Außergewöhnliches hier bei den Altcoins. Ganz gut, dann gehen wir direkt rein auf den Bitcoin-Chart, fangen hier auf den Daily-Time-Frame an. Schauen wir, wie die gestrige Daily-Kendleger geschlossen hat. Die war per se erstmal leicht bullish, was heißt leicht bullish, nicht schlecht. Wir haben über den WIC von der Vortageskerze geschlossen. Das wäre sehr, sehr bearish gewesen, hätten wir hier drunter geschlossen, denn dann hätten wir hier nur Liquidität geholt. Hätte, hätte Fahrerkette, das ist nicht passiert. Wir haben hier drüber geschlossen und jetzt sieht es ehrlich gesagt nicht schlecht aus, dass wir uns Richtung der nächsten Ineffizienz, Richtung des nächsten Markanten-Levels hier bei den 17.000. 660 US-Dollar hier bewegen auf dem Daily-Time-Frame. Ihr erwartet eine Ineffizienz und da wird es dann sehr, sehr spannend. Aber da kommen wir jetzt gleich auf den kleineren Time-Frames dazu, wieso sich das hier auch deckt. Natürlich weiterhin nach unten hinten das wichtige Level, einmal die 17.180 US-Dollar. Gut, dann gehen wir auf den 4-Stunden-Time-Frame. Für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, wir gehen davon aus, dass sich Bitcoin seit dem All-Time-High in einer WXYX-Z-Korrektur befindet und uns wir seit diesem Zeitpunkt hier in der letzten Welle Z befinden. Das Ganze hier mindestens auf die 16.000 US-Dollar hier abverkaufen wird. Gut, das ist jetzt schon geschehen. Jedoch gehen wir weiterhin davon aus, dass es das noch nicht war. Denn wir haben das Ganze unterteilt in WXY hier in grün nach unten und diese Y nochmal in A, B, C nach unten und diese C nochmal in 1, 2, 3, 4, 5, ganz klassisch. Demnach gehen wir davon aus, dass wir seit diesem Zeitpunkt hier die 1 gefinisht haben und hoch retracend in einer 2, um jetzt mittels 3, 4 und 5 dann zeitnah abzuverkaufen. Aktueller Fokus hier auf die Unterkante Richtung 12.500 US-Dollar, aber der Bereich, ihr seht hier mindestens 14.750 US-Dollar, den wir für einen Bitcoin-Boden hier erstmal anvisieren. Dann gehen wir auf den 1-Stunden-Timeframe. Jetzt bitte erstmal nicht erschlagen lassen von den ganzen FIPS. Und ja, wie vorher angesprochen, wir gehen davon aus, dass wir hier in einer 1-Runde sind, mittels A, B, C, in der 2 nach oben sind, C auch fünfteilig hier ausgeformt haben, mittels 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt quasi in der letzten Welle der Welle C hier sind. Wir sehen es, hier kommt ein 1er Fibonacci rein. Woher kommt, das ist das Neue zum gestrigen Video, wenn wir uns die Länge vom Startpunkt dieser Welle C bis zur Welle 3 hier ziehen, auf den Startpunkt der Welle 4 hier legen, sehen wir, das 1er Fibonacci-Level kommt hier genau bei den 14.630 US-Dollar rein. Was ist da genau? Ja, da ist die Ineffizienz vorher vom Daily-Timeframe und wir sehen es, wir sind im übergeordneten Golden Pocket. Wir sind hier beim 1.618 der Fibonacci-Level und was ist da auch noch? Unser Trade, den wir hier sehr, sehr gerne eingehen würden, wenn du dich jetzt fragst, hey, wo ist dieser Trade her? Oder wo ist dieser Trade her? Wo ist dieser Trade her? Die sind von der kostenlosen Telegram-Signalgruppe, Link dazu unten in der Videobeschreibung. So sehen da beispielsweise Signale aus. Das ist ein Gold-Signal, das heißt, auch solche Signale kommen da rein von traditionellen Werken. Das heißt, wenn du solche Signale nicht verpassen willst, gerne ausstecken, Link unten in der Videobeschreibung. Aber ganz, ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden. Das heißt, ihr könnt die nachmachen, müsst es nicht an dieser Stelle. Das heißt, keine Anlageberatung. Aber wie gesagt, es ist komplett transparent, alle Trades von uns kommen rein. Es kommt auch monatlich ein Trade-Register rein, wie die gesamte Performance dieser Gruppe sich darstellt. Das heißt, auch das ist unserer Meinung nach eben einzigartig auf YouTube. Und wenn es dich interessiert, kannst du es gerne ausstecken, Link unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du dir gerne selbst ein Bild machen. Auch die Talk-und-News-Gruppe ist jetzt wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommen von unserer Seite dann immer die Trade-Ideen rein, sofern sie nicht vom Video entnommen werden können. Oder mal kurz Updates, falls sich hier irgendwas Spannendes getan hat. Oder falls du einfach nur den Austausch mit der Community suchst, kannst du dir selbstverständlich auch gerne beitreten. Gut, dann gehen wir jetzt weiter in die Analyse rein und gehen jetzt auf einen 15-Minuten-Timeframe, um das noch genauer bestimmen zu können. Demnach gehen wir weiter davon aus, dass hier diese 4 hier beendet worden ist bei den 16.900 Dollar, wo wir seitdem in einem Aufwärtsimpuls hier sind. Little Spon, two, three, four, five. Wir haben das markante Level und ihr seht hier schon, unseren Wecker nicht nach unten herausgenommen. Und demnach befinden wir uns unserer Meinung nach gerade in der 5. Und das ist wirklich sehr, sehr charakteristisch, was wir hier jetzt sehen für eine 5 der Welle 5 der Welle C. Das heißt, wir sind in sehr, sehr vielen letzten Wellen jetzt und wir sehen da so ein Hochgehangel. Und das ist wirklich jetzt nicht untypisch. Das sieht sehr auch nach einem Ending der Ergen aus, weil hier keine klare Impulsstruktur hier rein zu zählen ist. Jedenfalls könnte man irgendwie hier sowas versuchen zu zählen. One, two, three, four, five. Dann wäre es theoretisch kein Ending der Ergen. Aber nichtsdestotrotz ist die Struktur sehr, sehr unklar, was sehr, sehr typisch ist für so eine letzte Welle 5. Und demnach auch hier die Berechnungsmethode, dass es hier in dem grünen Count, dass da hier eben das 1er Fibernatsch Level hier bei den 17.615 US-Dollar reinkommt. Das heißt, auch das verstärkt diesen Bereich hier nochmal ums Golden Pocket Beginn, bei den 17.577 US-Dollar rauf bis zu den 17.681 US-Dollar. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr starker Widerstand und das Make-or-Break-Level für Bitcoin. Wir können jetzt nochmal drauf schauen, welches Level dann interessant werden sollte, wenn wir hier jetzt erst einmal nach unten reagieren. Und da ziehen wir uns von dem Wellen-B-High, äh, B-Low zum letzten markanten High. Machen wir es noch schnell weiß. Und dann wird unserer Meinung nach dieser Bereich erstmal interessant. Denn da wird sich es herausstellen, ist es eine Impulsstruktur nach oben, das heißt mittels 1, 2, 3, 4, 5, das heißt, dass das ABC eine 1, 2, 3 war. Oder war es hier wirklich ABC, so wie wir es auf dem Chart haben, und wir durchbrechen diesen Bereich, beziehungsweise nehmen hier das Wellen-A-High raus. Und das befindet sich hier bei den 17.065 US-Dollar. Wir sehen es, das wird dann sehr, sehr knapp. Sagen wir mal, wir kommen hier, es ist noch höher. Dann wird das sehr, sehr knapp mit dem 0,382 Fibonacci-Level das Level mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einer Welle 4 eben angelaufen zu werden. Das heißt, da wird es dann sehr, sehr spannend. Das heißt, die 17.065 US-Dollar, dann das Make-or-Break-Level, beziehungsweise unsere primäre Erwartung ist sowieso weiter, dass es sich hierbei um diese Welle 2 hier handelt, um dann mit einer 3 hier abzubekaufen auf die 13.800 Dollar. Nichtsdestotrotz sollten wir hier dieses Level hier nach oben rausnehmen, dann sieht es sehr danach aus. Das heißt, die 17.600, 700 Dollar, dann sieht es sehr danach aus, dass wir hier ein Higher-High erwarten können, um dann auch hier die 19.200 US-Dollar dann demnächst attackieren zu können. Aber da schauen wir dann drauf, wenn es soweit ist. Wir versorgen euch ja hier sowieso mit Daily-Content. Gut, soviel zu Bitcoin. Das heißt, zusammengefasst der Bereich 17.577 bis 17.681 Dollar, das Make-or-Break-Level, plump gesagt, das Golden Pocket, aber wird einfach nochmal verstärkt durch zahlreiche andere Fibonacci-Levels und auch unten hin die 17.100 Dollar. Weiterhin das Go-To-Level. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Noch hier kurz auf dem 4-Stunden-Timeframe für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Wir gehen analog zu Bitcoin davon aus, WXY, XZ seit dem All-Time-High. Und hier gehen wir weiterhin davon aus, dass wir ein neues Tief hier brauchen und das hier im Bereich der 880 bis 750 Dollar hier finishen werden. Das Ganze analog zu Bitcoin in WXY und nochmal in A, WC bzw. 1, 2, 3, 4, 5, die C hier unterteilt. Dann gehen wir auf den 1-Stunden-Timeframe und hier selbes Spiel. Wir gehen auch davon aus, analog zu Bitcoin, A, WC nach oben und die C fünfteilig hier mittels 1, 2, 3, 4, 5 einmal nach oben. Und hier wird es sehr, sehr spannend. Wir haben euch hier auch mal das 1er Fibonacci-Level, das wir hier bei Bitcoin reingeladen haben, über den gesamten Impuls zur Welle 3, an den Startpunkt der Welle 4 gelegt, immer reingeladen. Und da sehen wir, das kommt genau, also wirklich fast punktgenau hier bei dem High rein, das wir nicht rausnehmen dürfen. Bei den 1.353 Dollar, das dürfen wir nicht rausnehmen, denn sonst kann es sich hier nicht mehr um eine Welle 2 handeln. Alles andere ist regeltechnisch hier noch korrekt. Das heißt, dass es sich hier um eine Welle 2 handelt, ist weiterhin möglich. Wir sehen hier, wir sind mit unserem Trade hier minus, aber wir halten daran knallhart fest, solange dieser Count hier nicht invalidiert ist. Und da greift dann auch unser Stop-Loss hier bei den 1.358, müsste der, glaube ich, sein. Aber steht alles genau in der Signalgruppe hier transparent drinnen. Das heißt, wie gesagt, wenn dich solche Trades hier interessieren, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein denkbar schlechtes Beispiel, aber unterm Schnitt ist es unserer Meinung nach definitiv profitabel, dann kannst du das gerne ausstecken, wie gesagt, links unten in der Videobeschreibung zu beiden Gruppen. Aber auch hier, wenn wir nochmal kurz in die Unterstruktur hier reinschauen, sehen wir, auch das hier ist so ein Hochgewackeler aktuell. Und wir haben hier den Zielbereich leider sehr, sehr knapp verfehlt. Hier um 1, 2 Dollar, das ist möglich. Das heißt, es kann hier jetzt jederzeit runterdrehen. Jedoch, wenn wir bei Bittker nochmal das Anlaufen des Golden Pockets hier sehen, wäre es nicht ungewöhnlich, wenn auch Ethereum nochmal ein Higher High hier reinmacht, dann greift selbstverständlich weiterhin dieser Zielbereich hier. Und dann wird es sehr, sehr spannend, denn dann haben wir vielleicht 3 Dollar Luft hier nach oben, bis wir das Go-To-Level rausnehmen. Wenn wir dieses Level hier rausnehmen, was Stand jetzt, wie gesagt, nicht unsere primäre Erwartung ist, jedoch es wird spitz auf Knopf hier bei Ethereum werden, aber dann sind relativ schnell Preise hier bei den 14 oder 1450 Dollar möglich. Wenn nicht sogar, gehen wir dann eher davon aus, dass wir in die Region 1522 bis 1610 US-Dollar dann auch hier vordringen werden mit dieser Korrektur. Aber selbstverständlich schauen wir uns auch das dann nochmal an, wenn es soweit ist, um das dann hier genauer bestimmen zu können. Stand jetzt weiterhin das primäre Szenario, dass wir hier in der 2 hochgekommen sind, in der 3 hier auf die 1000 Dollar hier abverkaufen werden und dann mittels 4 und 5 auf den Zielbereich hier bei den beginnend 880 US-Dollar dann hier abzuverkaufen, um den Wehrmarkt dann auch zu beenden. Gut, dann gehen wir auch hier noch schnell auf den 15-Minuten-Time-Frame nochmal, laden uns auch hier von der Welle B zur Welle C dann das markante Level rein. Hier sehen wir 1308 US-Dollar bis 1264 US-Dollar. Das wäre der Bereich, wenn es jetzt nach unten gehen sollte, wo eine Welle 4 wie bei Bitcoin in Frage kommen würde, was wie gesagt nicht unser primäres Szenario ist, aber das wäre der nächste Support-Bereich. Und hier entscheidet sich, wenn wir diesen herausnehmen, dann sieht es sehr danach aus, dass wir uns auch hier Richtung der 1000 Dollar bewegen und uns definitiv in unserem primären Szenario hier befinden. Das heißt, das Herausnehmen dieses Levels würde unser primäres Szenario massiv verstärken und auch hier die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr stark zu unserem Gunsten und auch zu unserem Trade oder zugunsten des Trades hier eben wandeln. Und nach oben hin selbstverständlich die 1353 US-Dollar, das Go-To-Level, wenn das hier fällt, wie angesprochen, dann die nächsten Targets erst mal auf den Schirm haben. Gut, dann soll das Video jetzt nicht unnötig in die Länge gezogen werden. War jetzt heute etwas langsamer, da der vermehrt eben Stimmen aufkamen, dass zu schnell gesprochen wird im Video, könnt ihr auch gerne mal Feedback unten in den Kommentaren da lassen, ob das jetzt besser ist oder ob es gleich geblieben ist oder ob ihr eben keinen Unterschied merkt. Also auch hier gerne Feedback in den Kommentaren da lassen und damit soll es das jetzt schon gewesen sein. Wir bedanken uns an dieser Stelle über jegliche Form von Support und damit hören wir uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum Update und damit trading players raus. Macht's gut. Ciao, ciao.